Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Kaninchen Video. Eine Woche ist schon vergangen, nach dem Zulassen. Ja, wer das Video verpasst hat, wie haben die Trixi mit dem Blueberry zugelassen? Das Video wird hier oben angezeigt. Schaut das mal an, das war echt grandios. Wir haben zum allerersten Mal zwei verschiedene Rassen verpaart. Was da rauskommt, werden wir dann in drei Wochen sehen. Ja, wie gesagt, eine Woche ist jetzt schon vergangen. Es hat sich jetzt noch nicht so viel verändert. Ein bisschen habe ich heute beim Ausmisten gesehen, dass so eine kleine Kohle dort unten drin schon ist. Wahrscheinlich hatte da schon ein bisschen was rumprobiert mit Nestbau. Kann ich leider nicht wissen. Ich habe leider keine Nachtkameras hier drin. Also noch nicht. Die kommen erst kurz vor der Geburt mal rein. Ja, kann sein, die hat sich nur reingelegt und deswegen ist eine coole. Das werden wir aber dann gleich von Nahen nochmal anschauen. Ja, die hat gerade Futter rein bekommen. Ja, die braucht Futter. Man soll aber aufpassen, wenn man eine Häsin verpaart hat, sollte man nicht mehr Futter geben als sonst. Ja, weil das Risiko ist dazu hoch, dass die Kaninchenbabys bei der Geburt einfach zu groß schon sind. Und da kann es sein, dass die Babys da schon sterben. Ja, weil es einfach im Geburtskanal dann zu eng ist. Und dann muss die Häsin meistens dann die Babys rausziehen und dadurch sterben die. Ja, also gibt immer Futter, wie ihr das immer macht. Ja, auch aufpassen, immer Wasser geben. Immer Wasser. Ihr könnt auch Tee geben, Fenchel oder Kamillentee. Ist sehr gut für die Kaninchen. Bleiben sie auch gesund. Ja, immer frisches Wasser. Also ich tue ja immer beim Ausmisten. Ich tue ja jedes Wochenende ausmisten und da tue ich auch die Wassertranks lernen, sauber machen und neues Wasser rein. Ja, genau. Ich will ja auch nicht stehen gebliebenes, ekliges Wasser trinken. Und das wollen die Kaninchen ja auch nicht. Da muss man auch echt aufpassen, nicht, dass man da so eine Krankheit rein bekommt und dann hat das Kaninchen das. Und dann, ja, kannst du viel beim Tierarzt da lassen. So. Tricksipizzi. Auf jeden Fall lässt sie sich streicheln. Bloß gerade nehmen, weil ich habe gerade die Hand zu Ort. Manchmal denkt sie, ich tue hier die rausnehmen. ins Freigehege. Deswegen ist sie gerade weggerannt. Ne. Also es gibt manche Häsinnen, nach dem Zulassen, dass die da so zickig sind und alles. Die Trickse ist das ja, ne. Upsi. Ja. Ich nehme mich nicht raus. Alles gut. Man kann auch am Bauch fühlen, aber das ist eigentlich dumm. Total dumm. Weil die richtigen Züchter, Profis, können das fühlen, dass Kaninchenbabys in der Häsin drin sind. Jetzt noch lange, ne. Weil es ist ja erst eine Woche jetzt schon. Ne. Da fühlt man noch nicht. Das fühlt man erst, weiß ich nicht, ab der dritten Woche oder so. Da fühlt man was. Ja. Genau. Die sind ja so klitzeklein. Ähm. Bin auch gespannt, ob das ein großer Wurf wird. Die Trickse ist ja jetzt knapp über vier Jahre alt. Schmerzgrenze. Habe ich ja gesagt beim Zulassen. Ähm. Ich denke mal nicht, dass die da einen großen Wurf noch bekommt. Ich denke mal ein klein. Meistens so zwei bis vier Kaninchenbabys. Bin gespannt. Vielleicht kommen ja nur blaue Kaninchenbabys raus. Weil der Blueberry ja, der Rammler, blau ist. Eine kleine Schecke natürlich. Und das ist eine mittelgroße Rasse, die rheinische Schecke. Deswegen ja zwei Rassen verpaart. Kann man machen. Ja. Sind ja zwei Schecken. Aber man soll ja, ne. Bei der Scheckenverpaarung zwei solche Schecken zusammen verpaaren. Sondern muss ein Elterntier, sag ich mal so, einfarbig sein. Ja. Damit nichts schief geht und keine Scheplinkaninchen entstehen. Ja. Jetzt fragen wieder welche. Was sind Scheplinkaninchen? Scheplinkaninchen sind Kaninchen, die zum Beispiel jetzt komplett weiß auf die Welt kommen und nur zwei, drei Punkte haben ohne dem Aalstrich hier. Entschuldigung. Oder zum Beispiel jetzt die Ohren auch komplett weiß. Das bedeutet, das ist ein Scheplinkaninchen und die leben nicht lange. Ich hatte damals auch ein Scheplinkaninchen. Das war die Timmy. Das war noch Anfang vor YouTube, glaube. Da habe ich damals, glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das die Trixi mit dem Fred war. Weil die beiden sind ja gescheckt. Und das sollte man ja nicht machen. Und da waren, und da ist ja, glaube, die Timmy draus entstanden. In Scheplinkaninchen. Und die ist leider ein Dreiviertel oder ein Jahr alt nur geworden. Da konnte man machen, was man will. Mit Medikamenten oder sonst irgendwas. Die stirbt einfach. Ja. Einfach ein Genfehler bei Kaninchen. Komisch, aber ist so. So, Trixi. Hä? Meine Kleine. Hm? Nein. Hallo, ich will dich nur streicheln. Du brauchst nicht meinen Finger beißen. Du kleine Pupskaninchen. Guck mal hier, die will immer. Aber die beißt nicht richtig rein. Die knabbert nur dran. Die weiß ganz genau, dass ich ja das Herrchen bin. Und das sollte man ja nie verletzen. Sonst kriegst du kein Essen mehr. Nee, nee. Spaß. Ja. Ähm. Die bekommt Möhre. Guck mal diese riesenfette Möhre an. Dann Gurke. Kleine Futterrübe nur noch. Und Topinambur. Was wie Ingwer aussieht. Das zeige ich ja sehr häufig in meinen Kaninchen-Videos. Und das bekommen die reichlich, weil dieses Jahr haben wir Ernterekord von Topinambur. So. Echt krass. Das weiß ich nicht. Also insgesamt eine ganze volle 200 Liter Regentonne. Topinambur haben wir aus der Erde geholt. Da bist du heftig. So. Ich geb dir meinen kleinen Glatz oder schieb dich mal. Wir wollen nämlich hier unten mal drunter gucken, was ich meinte mit der Kuhle. Ähm. Schwer. Dorte, wo sie gerade drin ist, ist so eine kleine Kuhle. Ich weiß jetzt nie, ob die das gebaut hat oder sich nur reingelegt hat. Man weiß es nicht. Ähm. Ich werde auf jeden Fall jedes Wochenende jetzt bis zur Geburt halt ein Video machen, damit wir wissen, wie das hier so aussieht im Stall. Ob sie dicker geworden ist. Meistens sieht man das überhaupt nie. Ja. Manchmal sieht man... Ups. Hier eine... Hallo. Eine so eine kleine... Ja. Wie sagt man? Einen kleinen dicken Bauch. Ja. Ja. Ich komm jetzt gerade nicht drauf. Und... Ja. Fühlen, wie gesagt, ist zwecklos. Also... Man sieht es eigentlich, wenn ein Kaninchen ein Nest baut, dann ist er tragend. Jetzt streckt sie sich grad. Guck, ey. So schön, wie ich die träge sie, oder? Ja. Hier sieht man es dann, wenn der Bauch so runter hängt. Ja. Hat man immer häufig bei Kaninchen gesehen, die tragend sind, haben sie Nachwuchs. Tja. Aber wie gesagt, darauf sollte man sich nicht verlassen. Eher, wenn ihr ein Kaninchen ein Nest baut. Aber, da müsst ihr auch drauf achten. Es gibt manche Kaninchen, die tun ein paar Stunden vor der Geburt erst das Nest bauen. Ja. Oder es gibt Kaninchen, die tun zwei Wochen vor der Kaninchengeburt Nest bauen. Tja. Das ist immer ein Rätsel, ob eine Häsin tragend ist oder nicht. Schwierig, schwierig. Man kann auch ein Rammler nochmal zur Häsin reinsetzen, um zu gucken, ob die wirklich tragend ist. Habe ich damals gemacht in der Anfangszeit. Ist aber Risiko, weil wenn der Rammler nochmal auf die Häsin steigt und nochmal das schafft, mit der Babys zu zeugen, kann eine Häsin zweimal tragen. Das bedeutet, die Kaninchen-Babys beim ersten Mal kommen auf die Welt und zwei Wochen später oder eine Woche später kommen die nächsten Kaninchen-Babys auf die Welt. Ja. Das geht bei Kaninchen. Das ist echt krass. Habe ich bisher noch nie erlebt. Wäre auch schlimm, wenn ich das erleben würde bei meinen Kaninchen. Ja. Da muss man echt aufpassen. Und deswegen machen wir das erst gar nicht mehr, ein Rammler nochmal bei einer Häsin reinzusetzen. Ja. Ja. Manche Züchter machen es, weil die wissen wollen, ob es überhaupt geklappt hat. Mach mal lieber. Ne. Wir haben es ja gesehen beim Zulassen. Schaut das Video gerne nochmal an. Da ist auf jeden Fall der Blueberry dreimal umgefallen. Ja. Das Umfallen bedeutet ja, dass er es geschafft hat. Meistens reicht es ja nur einmal zu, Umfallen. Aber ne. Ich mache das immer dreimal wie die meisten Züchter. Genau. So. Träg sie. Friss weiter. Und gleich sehen wir dann nächstes Wochenende schon ein kleines Nest. Mal sehen. Also bis nächste Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, wie immer gute Wertung da lassen. Wiederschauen. Ringeauen. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. masih son. 39f. Es. H attorney��요. Das ist interessant. Also gutizard Traneded.